Boah! Alter, wir haben irgendwie... Drehen wie bescheuert. Aber interessant, die Angara haben anscheinend auch blaues Blut, so wie Toriyana. Das ist bräuchlich. Ja, was du nicht sagst. Ich hab auch Ohren. Ist das aber nicht hier drin? Nee, da gucke ich gar nicht weiter. Wenn ich gerade zu in der Nähe bin... Ah! Ich liebe dich, Mann! Der eine versteckt sich jetzt auch dahinter, ey, das ist... Aber dann versteckt sich halt ein Kollege, das muss man mal sagen. Feiges Robotervieh, ey! Ich weiß, dass du keine Leier hast, aber zeig sie doch einfach. Hm, das ist ja nicht dumm, ich muss einfach da draufklittern. Das geht gar nicht, wie die alle immer so wegfliegen. Okay, da nicht rein, das ist böse. Guck mal hier, das ist nix zum reingehen anscheinend. Hä, wo muss ich denn denn? Ich glaube, da kann ich ja nicht so hochkraxeln. Was ist denn da drauf? Was ist denn da drauf? Ah, wo ist das jetzt? Ach, hier geht's runter. Gut, ich sag dazu nix. Ich finde diese Gewölbe ja unheimlich gut, aber langsam nab ich sowas. Jaal. Was ist dein Geist? Jaal. Was ist dein Geist? Wie ist das? Jaal. 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 Ah! Scheiße! Verdammt! Ich hab nicht gesehen, dass er dieses elektrische Wasser ist. Scheiße, wo werde ich ihn jetzt wieder hingeschickt? Gut. Ich muss aufpassen. Ja, ich muss aufpassen, direkt wieder reinfallen. Ja, ich muss aufpassen, direkt wieder reinfallen. Ja, sicher. Not the way Esmos does. So, versuchen wir das Ganze jetzt noch einmal. So, haben wir das jetzt? Gut. So. Das, was alles vor passiert ist, ist nicht passiert. Vielleicht soll er wieder haben oder so. Ähm. Hier komm ich doch... Jetzt gar nicht durch. Ich glaube runterfallen sollte ich dann nicht. Ist das jetzt wieder hochkompliziert? Muss ich dann doch hier durch? Schieben. Die haben uns von rechts angegriffen. Aber da scheint sie nicht weiter zu gehen. Die müssen. Das ist schon wieder zurück. Ich versuche es nicht zu diesem Öl. Ich versuche es mir zu. Wenn ich es nun bin! Schmerzen! Wo kommst du denn da? Na, komm raus. Ich muss ja auch immer erst rauskommen, wenn man selber rauskommt, ey. Das ist gut. Braucht nicht mehr genug laufen. Das braucht nicht mehr genug laufen. Die Roboter sind weg. Wenn das nur das Behälter erkennen kann. Das ist gut. Ach, das ist gut. 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 Oh Scheiße. Ich sollte vielleicht nicht so direkt davor stehen. Oh, ne. Das tut mir jetzt unheimlich leid. Was ist das für eine... Ich mach mal hier einen Cut und dann, bis ich dann wieder vorstelle. Kann ja sein, dass ich jetzt wieder zweimal in das Wasser falle. Das muss auch nicht sein, also bis gleich. So, ich bin jetzt wieder hier, ich kann leider nicht absprechen. Ich hab noch nicht mal angefangen. Ich hab Tech Operator jetzt, also Tech Levels auf 2. Vielleicht hilft mir das ja jetzt ein bisschen weiter, wenn ich mit mir die Tech ein bisschen... Weil ich viel mehr habe. Ja, diese Tunis, die sollte ich haben. Ich bin jetzt mal auf. Es ist heute ein bisschen mehr ein paar Sachen. Ich habe die Technik, aber es ist ein bisschen mehr dauer. Ich habe keine Sache, oder? Ich bin jetzt mal ein paar... Ich bin jetzt hier schon mal bei mir… Ich bin jetzt mal bei mir nicht so. Auch wenn ich jetzt nicht mal bei mir, das ist ja auch! Alex habe ich sage, ich bin jetzt mal bei mir. Ich konnte nicht nur bei mir, das ist ja auch schon. Oh, das ist nicht so! Alter! Ich brauche einmal das! So. Aber das ist jetzt... Hat funktioniert! Ganz genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Jetzt Stufe 11 war echt super. Also die kleine Drohne ist super. Die erhöht nämlich meinen ganzen Tech-Kram. Und beschützt mich auch. Ich bleibe jetzt erstmal der Operator. Der Tech-Operator. Weil ich über Belastung noch einen Punkt drauf wollte. Ich hätte mir gerade eigentlich jetzt mal aufladen sollen. Ich habe sofort wieder abgeschossen, weil ich mir so Panikrezungen habe. Ich muss mir das mal angewöhnen, die Sachen aufzuladen. Und nicht einfach so abzuschießen. Wie bescheuert. Hilft ja auch keinem weiter. Kann ich jetzt eigentlich mal... Ich denke, ich will mal ganz kurz speichern. Aber nur weil ich jetzt keinen Bock habe, dass er nochmal mehr macht. Das ist aber ich glaube... Ich glaube, das ist jetzt auch schon automatisch abgespeichert. Ich bin jetzt schon mal für die Versammlung. Ich bin jetzt einfach mal meine Kramas. Wir haben hier ein bisschen das Schöner ist, da irgendwo er unterwegs ist. Oh, ich habe uns gerade gegenseitig abgeschlossen. Ja. Es geht voran, es geht voran. In dem Kampf bin ich einfach zu untaktisch reingegangen. So, hinter der Tür, dann haben wir es ja endlich geschlossen. Oh, Entschuldigung. Ähm. Lalalala. 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 Ich meine das wäre deaktiviert. Ne, dann ist es auch egal. Ich springe ja lieber vor die Zauber drüber. Wenn ich jetzt wieder reinfalle und dann sterbe und das wäre unschön. So. Wenn ich aber jetzt hier rausgehe, dann kann ich doch ganz bestimmt schnell rein. Ja, super. Ist nichts zu scannen. Braucht er da einfach jetzt? Wir können ihn einfach ansprechen oder wie? Ich weiß was sagen. Luca, don't talk to aliens! Hätte ich bei echtes gedacht, würde sie das nicht machen. Ich habe da Schnupfenfaser gerade gelesen. Nehmen wir eins, geh dann. Nicht, dass wir den auch noch gleich umschießen, den wir suchen. Und das wäre weniger schön. Den brauchen wir ja wahrscheinlich lebens. Sind die dann vielleicht freundliches gegenüber, wenn wir den Planeten heilen? Das ist nicht tot. Das zuckert halt nur noch. Ich nehme mal noch einer da. Ich habe das für nur einer. Ja. 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 Ich habe das für nur dieses Skinder aktiviert. Ich habe das für nur dieses Skinder aktiviert. Ist ja irgendwo da hinten. Ich habe das für nur dieses Skinder aktiviert. Ich habe das für nur dieses Skinder. Ich habe das für nur das Wasser. Ja. Auf uns! Postel Shuttle incoming. Halt schnell! Halt schnell! Gut job! Der Scharfschutz aussieht, das ist doch das Schlimmste, ey. Jetzt habe ich jetzt meine eigene Drohne erschreckt. Achso, das wäre so. Dann steht der Ohrmöhrung, wo zu sein, okay. Ich hoffe, er ist auch wieder erledigt. Ja, dann mach das mal. Ich bin froh, dass er so in der Luft stehen bleiben kann. Das macht es viel, viel angenehmer. Ah, drehen, drehen, drehen. Ich stehe immer noch mit dir rumläuft, dass man gerade auf dem Radar ist. Ich bin froh, dass er das ist. Das ist schon cool, dass ich kämpfe, ey. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Er ist jetzt froh, ich bin froh. Achso, komm hier. Achso, jemand. Wir sind unter Attacken. Er ist hier. Ich kann ihn hören. Ihr seid bereit? Hm. Wie dramatisch. Die Sages on Mithrava think you could remember the location of the Third Monolith. Because you used to know where it is in a past life. The Sages sent you. Those secretive fiend brains with their scotting... They don't even care that their people are being enslaved and killed by Kett. My friends died for this? I'm very sorry. I'm just trying my best to find the Third Monolith and save Havarl. I have an artifact or heirloom or something. I'm going to set it down and I need you to take hold of it. What? I knew it. This was all bunk. Wait. There are things like this in the museum on Aya. Ancient Angaran tech. This fits over a hand. Contacts on the inside for my electric control, love. What did you do to me? Are you alright? I know things. The Underground Monolith. I remember. Pain. Desperation. I need you to take me there. Please. If you do this, we can save Havarl. Together. You. You. You're an alien. I can't trust. Then let me try to earn your trust. Please. Deep beneath the surface. But... But not far. Meet me here. These coordinates... will guide you the rest of the way. Just... Let me compose myself first. Geht doch! Ich dachte, jetzt müssen wir wieder irgendwo anders hin, aber er hat sich grad nur hindert. Ja, es tut mir ja leid, dass ich die Leute gekillt habe. Ich habe versucht, mit denen zu reden, aber sie haben mich ja wohl zuerst angegriffen. So. Nicht weit von hier, sagste. Da hinten. Das finde ich doch rechts weit. Ah. Die verschollene Schwester. Ah, wir sind direkt da. Ah gut, dass ich grad mal nachgeguckt habe. Dann wäre ich mal ganz gut mit der verschollenen Schwester. Ja. Ähm... Da ist ja irgendwo, wo ich nicht hin kann. Da rein. Ist ja dann irgendwie ein Eingang. Ouch, 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 ouch. Das ist jetzt hier irgendwo oben. Ja, das kann mich ja da... Ich glaube, das wird auch nicht so, wie ich mir das jetzt hier gerade vorstelle. Oh. Oh. Okay. 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 Ich gehe hier links. Gerade links. Woops. Oh Gott. Ich scheine gerade irgendeine Kombi ausgelöst haben. Ich gehe mal komplett aus Versehen. Ich glaube, ich gehe gerade echt... Bisschen dolle falsch. Ich gucke noch mal ganz kurz, wenn ich gerade den Weg nicht finde. Ich bin wahrscheinlich auch nur wieder zu doof, das zu finden. Oh Gott. Himmarsch. Ruhe. 탓. Kommios. Māj Bus. Phi. Vielen Dank.